Mit 3 anderen Spielern zur Spielersuche zurück? Was? Ich würde gern mit 4 anderen Spielern zur Spielersuche zurückkehren Wieso kehrst du zur Spielersuche zurück? Geht bei mir so Achso Dann möchte ich warte auf Teamkehmer Einen Spieler fehlt bei mir noch Ja da hatten wir's rausgegangen Och Atma Er hat gesagt erst du bist 9 Uhr da Och Atma Hat er gesagt Und er hat jetzt schon 10 Minuten überzogen Das hast du mit dem Überziehen nicht, das hat er mal nicht grad gesagt Hab ich gesagt Hab ich gesagt Hab ich gesagt Die Themen haben sich da tatsächlich überschnitten muss man sagen Kann man so sagen Ah ich bin wieder mit Random Lappen Aaaaaah Das war doch ganz witzig einfach Sonntag Aber das hat schon gejuckt Wir probierens mal Ich hab gar was anderes Spiel Also der war auch schon ein Hurensohn Wir probierens mal wie es läuft Und dann können wir während wir das probieren überlegen Was wir für Alternativen hätten sonst noch heute Ja Ja Ich hab ja bestimmt Wahrscheinlich nicht Und dann darf man Du bist der LXX Commander Und dann Bis demnächst Weichen Ja da 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 Ich könnte es mal wieder auf die Play Sie machen Du kannst sogar von der Playhouse mitspielen Da müssen wir als Ingame Chat reden Iiii Nö müssen wir nicht Ich hab einen Fernseher hier stehen Und man ist halt Du bist ja übelst dezentralisiert Dezentralisiert Ich kann alles Mega Ich ist Profi Streamer Ja Daran hat noch nie jemand gezweifelt Cash Wollte ich nur sagen Danke 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 Hättest nicht Hättest nicht Hashtag meine einzig wahre Lieblings Cashew wärst du Hashtag kann alles Cash Aber das ist nicht so schnittig So dann gucken wir mal was hier Warwolf mit Hibana so anstellt Hibana 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 Die Flugzeugbombe ist asozial Verteidigung ist da ziemlich easy eigentlich Einfach jetzt irgendein geiler Cocktail Kuba Libra Rampa Läuft Zigarre Ich würd sogar Salsa lernen da Hier mit einheimischem Darm Ich weiß nicht Ich hab nur die Hüfte bewegt Ich hab vergessen wie man meinen Pälzer benutzt Die Karpfen von unten Karpel ins Erdgeschoss Ne weil wir kannst grad von Um Von Mitte In der Mitte war ich immer direkt weg Deine Mutter macht gern Party Doch keiner geht oh he Weil alle sind auf Kuba Kuba wir trinken uns ein 10 Sekunden Wir haben keine Bombe gefunden So´n Scheiß Da waren Füße Da war Tyes dr die achi jau alle es auch von unten aus nicht zu sehen wo die genau stehen und über den ok wir haben es gerade von einer person vernichten lassen links steht help barry und erklärt ihr warum man mit mitte 50 noch so gut aussehen kann dann gehe ich bin immer noch um diesen willen mit einem scharfschützen rüstung und flugzeug zu stören es ist einfach auch eine herzensentscheidung und zwar am haupteingang einfach so das ist so erwartet einfach gucken dass der pistol wieder piekt um die direktes gesicht wegfratzen finde ich gut ich komme jetzt von der anderen seite wo die nicht so witzig ist genius ich glaube ich bin müde doch gebe es nicht zu das kann ja mal passieren schubidu wie du er hat auch schubidu hier rein ende der durchsage end of the announcement aller die ist übelst dumm für uns negativen sinne kunden rück zur bombe vor und entschärft sie No, not again! Ah! Ja, das geht ja nämlich wieder. Okay. Was ist da, Alter? Komm her! Nein, ich bin sicher. Das gibt's nicht. Achtung, da steht einer. Sehr gut, Cashy. Eier, wir brauchen Eier. Man kann nicht die Fenster hier snipen. Oh mein Gott. Ja, da kommt er, Cash, da kommt er. Nein, ich kann nicht schießen! Der ist... Der ist gerne entdeckt. Wollte man denn hier wieder gescannen, sag mal. Oh, dann nicht! Hast du... Nein, ich wurde durch Scan entdeckt. Ja. Da sind wir auch ständig. Schockdrohne wird gestartet! Schockdrohne wird gestartet! Der ist direkt hier. Kommt! Ein Gegner verbleibt. Oh, fuck. Hinter euch. Hinter euch. Hinter euch. Hinter euch. Ich hab den Kopf gesehen, kommt bei den Händen. Ja! Neutralisiert, eigener Druck erfolgreich. Der ist von oben runter gedroppt. Achtung, Achtung! Ich hör das! Ja, Baba, 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 Baba. Ja, da kann man durchs Fenster ballern. Ja, dann tu's! Jetzt nicht mehr! Hab ich's doch gerade. Was denkst du, wie ich's anderthalb geholt hab? Anderthalb! Den einen hab ich gilt und den anderen hab ich den Helder gegeben. Und die hab ich auch... Das echte Ding haben wir wegen 1,5-fachem Mord gezogen. Hey! Velder hat er umgebracht! Den anderen nur so halb! Wenn der andere hier... Der andere war... Man weißt nicht, ob er jetzt lebt oder tot ist. Er ist einfach nur so halb. Aikugel Moodekünde, der feiert heut auch mit. ein guck mal der Heinz der ist ja richtig fit der Heinz? ne ne der hockt immer noch im Kille und er kreise ich kreis gegen Heinz wir eliminen ihn doch kreis gegen Heinz weil er so heißt weil er so heinst ja Heinz nach seinem Vater kreis ich nach seiner Mutter so eine gehackt eine zerschossen 10 Sekunden 5 Sekunden noch schützt eure Bomben vor der Entschärfung durch den Gegner da kommt einer mit dem Schild oh Gott die im Schild kommt Cash fall in den Rücken wenn ich mich verpisst hab oh Gott warst du glaube ich gerade lange nicht geredet sind die alle bei euch hinten oder was so jetzt Schild kommt auf mich zu jetzt könnt ihr Schild kommt auf mich zu ne Schild ist wieder weg Schild steht jetzt genau zwischen uns Schild geht auf mich ich muss jetzt wieder abhauen Schild verfolgt mich Baitet mal das Schild das war ja vorne läuft Schild kommt zu uns kommt wieder zurück ok Nein Schild ab mich Cash in den Rücken sorry dann ist jemand so enorm gestorben wieso hab ich den nicht gekillt er ist hart angeschlagen ich mein solange er hier draußen rumrennt und uns jagt ich bin richtig sauer kann da die Bomben nicht entwerfen letzter verbleibende Operator des eigenen Hoops kacke die Gegner haben einen Entschärfer mit meiner Bombe platziert zerstört ihn ach fuck wieder dieser Black Mario das gibt es nicht ja gut das war er musste jetzt auch nur noch warten bis ich komme verdammt ich hab diesem Drecksschild so viel Ladung verpasst dass er einfach nicht gestorben ist der Mixer ach sorry ich war sehr getriggert ich bin aufgefahren Cash du hast auch gehört die Melodie zu so hm stimmt oh scheiße ich hab nur getriggert ich hab nur weiße im Eiswach das gehört da gar nicht hin erst macht das Bier gleich vor hoch und dann war es hin das war jetzt hin auf hin wenn ich jetzt nicht so das sehe ich nicht ach du bist mir in den schuss gelaufen jetzt ist meine drohen fänger die abgeprallt und klebt seitlich an der wand okay pflanzt irgendeiner von euch die mitnahmen wenn das ding hier noch funktioniert und die drohne an die wand zieht die penner um die tonne ich kann auch nicht mehr deutsch reden ich rede wirklich kein deutsch mehr deswegen kann ich keine sorge das ist ziemlich unangenehm noch unangenehm ist dass hier keiner kalt ist gebracht hat das stimmt muss ich bohnt schubs ja ich wurde katzinka geflasht james james kalti kalti james kalti oder die schlecht geschossen wir hatten da ne was ist das denn für ein spaß james kalti kalti mehr leben als eben reiben gesetzt drei kamera vom kabinenpersonal gewahrer grad wie stresst mich eigentlich der muss ja herkommen die kamera vom kabinenpersonal an alle gegner war eben hier kurze informationen gegner war eben hier no stress biatches sehr schön so in diesem sinne gibt es entschluss erdinger weiß alkoholfrei kreppfurt dass ich nur saufel hat er eine schicke arschbombe gemacht weil patricks freundin das nicht trinken darf äh frau tschuldigung kind die frau weil frau steht und das ding hat nicht nur komponiert ist wie ich im kind ja und deswegen darf es nicht so willig zu verlieren ob du es bringt da nichts mit jenigen ach wir sind ja dann nehme ich den bug wir sollen wir sollen auf sie achten auf was die peaks ach so ja 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 ich habe auch wieder haupteingang ich wollte eigentlich ganz so schlecht weil wir in kansas keine ahnung du kennst dich aus mit weltweiten server nach welchem land das aussieht 234 steht auf dem frankfurter server ja schon ehrlich gesagt wenn einer dann der gespawnt aus ich hoffe ich hab das gerade nicht angekündigt allerdings bin ich fußball simulatr er hat einen störsender gebaut und er hat mich so erwischt mit dem störsender ich bin sexy und dem störsender überhaupt nicht verhalten ist ich hab da so ein störsender vor der frisse du hättest ein gebüsch sein können ich hab mir spontan die seite gewechselt ich hab das flugzeug wir warten bis die beiden da oben sind ich bin ich könnte auch mal so eine drohne rein schicken ja genau okay du schickst so eine drohne rein genial da ist direkt einer direkt direkt einfach schießen solch wieder rein ja ich bin richtig zivilisiert links von der treppe ist einer also oben unten dann oben links einfach machen soll ich bin in der giftmine von dem getreten noch jemand ganz oben deswegen spiele ich immer der asiaten der die macht ok 20 sekunden wir müssen da rechts rechts rum da saß noch eine ich habe keine ahnung übrig nur noch ein da oder so das hat locker gewonnen hätten jetzt das ärgert mich jetzt aber ein bisschen war war knapp gut gemacht wenn er aber noch damit uns koordinieren können wir das ganz anders gelaufen finde ich meine meinung